So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go, eine neue Folge Max Out Monday, obwohl bei mir ist eigentlich gerade Sonntag, Sonntag in der Früh um kurz nach 8 Uhr, verdammt ihr seht die Uhrzeit da oben, ihr seht es 20.30 Uhr, nein da ist es 8.24 Uhr, frühs, deswegen bisschen düster, bisschen dunkel, ich bin am Sonntag nicht da, ich gehe dann und deswegen muss ich ja schon mal vorbereiten für Montag Max Out. Eigentlich wollte ich ja das Viridium, was wir nun endlich als Hunderter haben und auch Maxen können, Maxen, aber aus gegebenem Anlass ist es was anderes und zwar Regira, denn das ist mein Titel Pokémon, was ich mir rausgesucht habe für diese Folge und dann wird es auch wieder 5 Vorschläge von der Community geben, denn ihr habt wieder Kommentare geschrieben und mal schauen was da dabei ist, Regeln also wie immer, ich versuche bei Max Out Monday immer 6. Pokémon zum Maxen, Voraussetzung, ich habe ein 100%iges davon und genügend XL, um es auf 50 zu bringen, was anderes ist nicht Max Out, das andere ist einfach nur Pushen auf 40, 35 irgendwas, aber Max Out, mehr geht nicht, ist also 50. Jetzt gehen wir mal hier rein, geben wir mal kurz ein, 4 Sterne und Regiraum, nee R.E.S., ich habe damals schon ein Regiraum gemaxed auf 4565, Level 50, 100% ist ein Glücksregiraum, das ist vom 27.05.2020, ist schon 3 Jahre alt. Das war direkt am ersten Tag, als Regiraum das allererste Mal in die Raids kam, Raid gemacht, danach Mirror Trade gemacht mit einem kleinen Account, glückliches, 100%iges gewonnen, wurde direkt auch auf 40 gezogen, damals gab es noch kein Level 50. Das hat die alten Attacken, hier ist Dracometeo und Hitzekoller drauf, ich habe dann gesehen, ich habe ja noch ein zweites 100%iges. Oh mein Gott, und da war ich ein bisschen angestrebt durch die neue Attacke, dieses jetzt eben auch auf Level 50 zu ziehen, das heißt, wir gehen mal hier drauf, wir ziehen das mal rüber, wir pushen das jetzt direkt, geben auch noch eine neue Attacke. Ist ja trotzdem ein richtig brutaler, heftiger, perverser Feuerangreifer, müssen dann aber mit einer Top-Lade-TM, jetzt seht ihr, ich habe noch Top-Sofort-TM, 10 Stück Top-Lade-TM, 9, ich weiß eh nicht, was ich damit machen soll, nehmen wir das mal weg, und geben jetzt Kreuzflamme drauf, ich hoffe, Kreuzflamme ist die Attacke, die man braucht, nicht, dass das die falsche ist, die haben nämlich die neuen Regierahmen aus den neuen Raids jetzt bekommen, ihr könnt aber natürlich nachträglich mit einer Top-Lade-TM die auch auf alte Regierahmen anwenden, also hat meins jetzt Feuerzahn, Kreuzflamme und, pfff, wir lassen erstmal, ach, eigentlich lassen wir nicht knirscher da stehen, wir müssten eigentlich den Rest jetzt auch ändern auf Dragometeo, denke ich mal, Hitzekoller ist ganz blöd, also nochmal, jetzt darf ich nur nicht Kreuzflamme wieder wegmachen, und wir brauchen natürlich noch den Level 50 Tag, ungefähr so, zack, und jetzt können wir hier auch eine Bewertung machen, und dann sieht man das, 4565, das war mein Titel-Pokémon, immer noch kein Viridium, aber vielleicht können wir beim nächsten Mal das Viridium machen. Jetzt gehen wir rein, und schauen nach euren Vorschlägen, das ist das Video vom letzten Mal, ich ordne wieder nach neueste zuerst, wir gehen von unten vor, und schauen mal, was da vorgeschlagen wird, Niklas Mann sagt, Legios, Cavalanzas, Mamonita, Barras, Legios, Cavalanzas, Legios geht nicht, da wir keine genügend XL haben, Cavalanzas, haben wir auch keine genügend XL, ich drücke mal hier Entwicklungsstufen mit rein, damit ihr dann, falls die Endstufe schon durchentwickelt ist, dass wir einfach die Vorstufe machen, aber auch Cavalanzas hat zu wenig XL, geht also nicht. Mammolita, Paras sagt er, Paras fände ich richtig gut, weil es Kanto, und irgendwann wollte ich ja mal alle Kanto-Pokémon, vor allem die Endentwicklung in der 50 haben, aber die Leute schlagen halt erst mal neuere Dinge vor, anstatt die alten fertig zu machen. Mammolita, Mammolita, fehlen auch die XL, das ist ja richtig krass, deswegen sage ich, macht Vorschläge, heißt ja nicht, dass die ersten 6 Vorschläge passen, man kann auch bei 20 Vorschlägen immer noch nichts haben, was passt. Parasek haben wir hier auf 50, hätten wir also jetzt Paras machen können, aber wir haben nicht genügend XL, wir haben 200, brauchen 296 und könnten noch 43 umwandeln. Das heißt, leider kein Niklas Mann. Balou sagt, Kleinstein, Dratini, Quiekel. Leider, sagt er das. So, Kleinstein, Geowatz, haben wir ja gepusht. Geo-Rock haben wir beim letzten Mal auch gepusht. Und leider werden halt jetzt absichtlich nur noch einfach kleine Pokémon vorgeschlagen, anstatt man trotzdem versucht, auf die Endstufen zu gehen. Also egal, gehen wir mal auf Kleinstein und weil der halt auch passt, ziehen wir einfach Kleinstein hoch. 1462 ist dann hier das Maximum, kommt auch ein Level 50 Tag dran und ist dann der erste Vorschlag aus der Community. Jetzt habt ihr hier also 3-3, 2-1 und 1-4. So, Bubblegum, hey, ist wie immer top Video, Digga, was geht ab? Ich glaube, ich würde Pudox, Nasgnet oder Weimar vorschlagen. Oh mein Gott. Warte mal, Weimar interessiert mich jetzt. Und zwar, ob wir ein Weylord. Ach ja, Weylord haben wir schon gemaxed. Ähm, ja, ich habe gerade gesehen, ich könnte 100 Stück umwandeln, das würde passen. Aber, ich hoffe, wir kriegen was anderes hin. Pudox oder Nasgnet? Nasgnet. Nasgnet. Voluminas? Na, Nasgnet würde gehen. Gucken wir aber nochmal kurz nach Pudox. Pudox ist gemaxed auf 50. Papinella ist gemaxed auf 50. Wie wäre es denn einfach mal mit einem Waumpel? Vor allem ein Waumpel mit Partyhut. Wir machen einfach Waumpel, weil das gehört ja zur Pudox-Reihe. Und dann haben wir nicht nur die Endstufen, sondern auch das kleine Lustige mit dem Partyhut fertig. Taggel und Verzweifler, ey, das will man noch haben. Plus, Level 50 Tag, da steht nicht mal 100% dran. So, 100% Waumpel, Level 50 ist der zweite Vorschlag von euch gewesen. Drei Vorschläge sind noch übrig. Kai Potsch, meine Vorschläge wären Potrot, Xado, Schnurr, Gas. Potrot? Kann ich, glaube ich, nicht. Potrot, haben wir nur 270. Schnurrgarst, das zweite habe ich nämlich schon wieder vergessen. Schnurrgarst. Wie schreibt man denn Schnurrgarst? Schnurr, S-S-H-N-U-R. Schnurrgarst ist fertig hier, Schamjahn. Nehmen wir das halt jetzt, zack, ziehen das hoch auf 1056. Machen den Level 50 Tag dran. Dann ist das auch fertig. Und jetzt sehe ich nämlich gleich, was das letzte war. Achso, Xado, genau. Da habe ich lieber... Na, egal. Jochen Strehl, Bisa Sam. Bisa Sam. So, Bisa Flor haben wir. Bisa Knosp haben wir nicht. Bisa Sam. Wenn du Bisa Sam vorschlägst, dann mache ich Bisa Knosp, weil das ist nämlich, kommt auf jeden Fall höher und ist auf jeden Fall besser. Das heißt, Jochen wird beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder Bisa Sam vorschlagen, aber hier auch Level 50 Tag dran, damit die Familie dann auch irgendwann fertig ist. War das jetzt schon der vierte Vorschlag? Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ähm, ja, Kleinstein, Dings, Schnurrgast, Bisa Sam. Also einer fehlt noch. Man kann Regiran, Dings geben, dann schlage... Oh, jetzt Benjamin Engel. Dann schlage ich Kingler, Rizaros und Sichler vor zum Mexen. Kingler, Rizaros, Sichler. Da bin ich mal gespannt, habe schon lange keine Krabbi mehr gesehen. Kingler, boom, ist fertig. Krabbi, boom, ist nicht fertig. Nehmen wir einfach, Krabbi, das hast du jetzt erfahren. Du wolltest ja Krabbi, aber guck mal, 1700 bei Krabbi bei der ersten Stufe, das ist auf jeden Fall auch in der Wucht. Ne, nehmen wir mit. Hier, 50 dran. Guckt euch das an, 3100 Kingler, wer nicht wusste. Kingler ist an sich, glaube ich, sogar stärker als Kyogre. Durch seine Werte, durch seine WP, die er erreicht, durch seine Einsatzfähigkeit, durch das man das leichter pushen kann, leichter an Bonbons kommt, alles hin und her. Ist das, wer keinen Kyogre hat, aber einen Wasserangreifer braucht, mit Blubber und Krabbhammer, auf jeden Fall ein Monster. Ein richtiges. Guckt euch, unterschätzt den nicht. Der ist gut, gerade für neue Spieler, mal so einen Kingler als Wasserangreifer hochzuziehen. So, dann waren das jetzt eigentlich alle Vorschläge. Ja, Mega für Nonda hat jetzt wieder Mega-Energie, das ist sehr schön. Ich hatte gestern nämlich nur 11, jetzt habe ich wieder 12 und kann das dann fast nochmal entwickeln. Da brauche ich nämlich noch ein bisschen. Am Dienstag gibt es ja dann sowieso wieder ein neues Mega-Pokémon mit Mega-Bruta-Lander. Deswegen ist es immer schön, wenn ich mit einem fertig bin, auf Stufe 3, und dann mit dem nächsten kommen kann und mich auf das konzentrieren kann. Wer jetzt nicht dran war, nicht verzagen, schreibt trotzdem Kommentare. Ich gucke jetzt gar nicht erst nach dem Rest. Ich sage es so, wie es ist. Schreibt Kommentare wieder unter das Video. Was sind eure Lieblings-Pokémon, die ich mal maxen soll? Oder, wenn ihr genau aufgepasst habt und wisst, was noch fehlt, vor allem bei den Endentwicklungen, schreibt es mal rein. Schön wäre es, wenn wir die Kando-Region trotzdem erstmal irgendwann vollständig hätten. Wer jetzt noch Vorschläge hatte, die nicht dran kamen, schreibt es rein. Wer gar nicht vorgelesen wurde, schreibt es rein. Kommentare immer wichtig, gerade für dieses Format. Euch wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Sonntag, wenn ihr das am Mondag seht. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag gehabt. Ansonsten sehen wir uns bei Chill mit Ramses abends. Ich glaube, diesmal gucken wir das große, lange Zange. Spezialvideo über eine Stunde, 200 Millionen Scoville, das klingt schon mal nett. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.